Lektion 8 Datenübertragung von einem Smart Device an Pure Data mit TouchOSC In diesem Tutorial werden wir sehen, wie erst möglich ist, Daten von einem Smart Device über ein Netzwerk an Pure Data zu senden. Von welchen Daten sprechen wir? Wenn Sie ein Smart Device besitzen, egal welche Art von iPhone, Android, Windows Tablet usw., ist eines der Dinge, die ziemlich oft passieren, dass, wenn Sie Ihr Gerät drehen, sich der Bildschirm automatisch an die Ausrichtung des Geräts anpasst. Wissen Sie, was es möglich macht? Es funktioniert aufgrund von zwei verschiedenen Sensoren, die in unsere Geräte eingebaut sind. Ein Gyroskop und ein Beschleunigungssensor. Beide arbeiten zusammen, um die Ausrichtung des Geräts entlang der drei Achsen zu erkennen, die konventionell X, Y und Z genannt werden und der horizontalen, vertikalen und tiefen Ausrichtung entsprechen. Wenn wir also über Daten sprechen, schauen wir uns speziell die Daten des Beschleunigungsmessers an. Dies sind die Daten, die wir abrufen wollen, aber nicht nur diese, wie Sie sehen werden. Um diese Daten zu übertragen, müssen wir die App TouchOSC auf unsere Smartphones herunterladen und installieren. Lassen Sie uns in den App Store oder Google Play gehen und Sie suchen. So, das hätten wir. Leider ist diese App nicht kostenlos und ich konnte keine andere finden, die sowohl Open Source als auch einfach zu bedienen ist, wie diese. Die gute Nachricht ist, dass es weniger als 6 Euro kostet und es Ihnen ermöglicht, die Daten von dem Gerät, auf dem die App installiert wurde, gebündelt übertragen werden oder mit anderen Worten in einem Fluss von Paketen, die über ein Netzwerk gesendet werden, empfangen und dekodiert und von einer anderen Software wie Pure Data dekodiert werden können. Sie fragen sich vielleicht, warum müssen wir Daten über ein Netzwerk senden. Das Ziel ist es, ein Instrument zu erstellen in Form eines Pure Data Patches und es ohne Tastatur und Maus zu steuern, sondern durch unsere Körpergesten, indem wir ein Smart Device in den Händen halten. Sobald Sie Touch OSC installiert haben, können Sie es öffnen. Das Erste, was Sie tun müssen, ist, auf die erste Zeile mit dem Namen OSC zu klicken. In diesem Bereich legen wir einige Informationen fest, die es ermöglichen, mit unseren Patches zu kommunizieren. Zuerst muss der Enabled-Schalter aktiviert werden. Dann haben wir Host. Hier müssen wir die IP-Adresse der Maschine angeben, an die wir die Daten senden möchten. Es zu finden ist wirklich einfach. Auf Mac rechnen ist es auf dem folgenden Pfad Systemeinstellungen Netzwerk sichtbar und ist dieser. Auf Windows-Computern ist es etwas anders und Sie müssen zu Start-Icon, Settings, Network & Internet, Advanced Options gehen und dann scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Properties, um die IP-Adresse des Computers zu sehen. Jetzt müssen Sie die genau gleiche Zahl in das Host-Panel in Touch OSC eingeben. Das Letzte, was wir tun müssen, ist, für unsere ausgehenden Nachrichten ein Port zuzuweisen. Daher geben Sie im Feld Port, in Klammern Outgoing, eine beliebige Zahl mit vier Ziffern größer als 5000 ein. Ich benutze derzeit beispielsweise 9000. Zwei wichtige Vorschläge jetzt. Verwenden Sie immer eine andere Portnummer für jedes Smart-Device. Sonst stören sich die Daten, die von den verschiedenen Geräten kommen, gegenseitig. Jetzt können wir Touch OSC auswählen. Wir gehen zurück und wählen Done. Nun wird die grafische Benutzeroberfläche oder ähnliches angezeigt. Lasst Sie es uns verwerfen, weil es im Moment nicht relevant ist. Wir haben den ersten Schritt gemacht. Das Smartphone ist jetzt eingestellt. Kehren wir nun zu Pure Data zurück und erstellen Sie einen brandneuen Patch. Stellen Sie sicher, dass der Computer, auf dem Pure Data gehostet wird, und das Smart-Device, das Sie zum Senden von Daten verwenden, im selben Netzwerk angemeldet sind. Andernfalls können Sie keine Daten senden. Beachten Sie, dass sich die IP-Nummer ändert, wenn Sie ein anderes Netzwerk wählen. Wenn Sie den Ordner heruntergeladen haben, der als Dokumentation zu dieser Serie bereitgestellt wird, erstellen Sie ein neues Objekt. Sie sollten jetzt bereits wissen, wie dies zu tun ist. Ctrl-1, Command-1. Und dann abs-underscore-osclistener eingeben. Das von uns erstellte Objekt ist ein spezielles Objekt, das standardmäßig nicht verfügbar ist. Also habe ich es für Sie implementiert. Dieses Objekt enthält tatsächlich einen weiteren Patch, also wie eine russische Puppe. Es ist leicht, solche Art von Objekten zu erkennen, weil der Name, den ich ihm gebe, mit abs-underscore vorangestellt wird, wobei abs für Abstraktion steht. Um einen Blick auf den Patch im Inneren zu werfen, beenden Sie den Edit-Modus mit Ctrl-E, Command-E und klicken Sie auf den Objektnamen, Pause. Wie Sie sehen können, ist dieser eingebettete Patch komplexer als die Patches, die wir kennen. Aber Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Alles, was Sie für den Moment wissen müssen, ist, dass die Kernobjekte, die in der Lage sind, die Nachrichten zu empfangen und zu interpretieren, die vom Smartphone kommen, diese beiden sind. NetReceive und OSCParse. Jetzt können Sie sich die jeweilige Hilfe-Datei ansehen, wenn Sie verstehen möchten, wie sie funktionieren. Ansonsten schließen Sie sie einfach. Jetzt ist es bereit, verwendet zu werden. Nur zwei Dinge fehlen noch. Zuerst müssen wir diesem besonderen Objekt, genauer gesagt diesem Abstraction-Objekt, sagen, auf welchem Port es hören soll. Also erstellen wir eine Nachricht, Ctrl-2, Command-2 und geben Listen und dann die gleiche Portnummer, die wir als Port, in Klammern Outgoing, in TouchOSC eingestellt haben. Also tippe ich 9000 ein. Der Datenfluss ist kontinuierlich, sodass wir eine Nachricht erstellen müssen, um den Fluss zu steuern. Alles, was wir tun müssen, ist, die List-Nachricht, die wir bereits erstellt haben, zu kopieren und einzufügen und in Listen 0 abzuändern. Dadurch wird die Übertragung gestoppt. Das allerletzte, was zu tun ist, ist, drei Numberboxes zu erstellen und sie mit den ersten drei Ausgängen zu verbinden. Sind Sie bereit? Lassen Sie uns den Edit-Modus beenden und klicken Sie auf Listen 9000. Und jetzt können Sie Daten kommen sehen und Sie können beginnen, Ihr Smartphone zu bewegen. Gratulation! Das war eine große Leistung! Wenn die Daten aus bestimmten Gründen nicht kommen, stellen Sie zunächst sicher, dass sowohl das Smart-Device als auch der Computer, an den Sie Daten senden möchten, im selben Netzwerk angemeldet sind. Überprüfen Sie dann bitte, ob Sie die richtige IP-Adresse in TouchOSC eingegeben haben und dass die Portnummer auf beiden Geräten gleich ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, haben Sie möglicherweise einige Einstellungen, die die Kommunikation über das Netzwerk verhindern oder die Ports sind nicht ordnungsgemäß eingestellt. Ich schlage Ihnen entweder vor, die Firewall auszuschalten, wenn sie aktiv ist, oder Sie bitten um Hilfe bei den Verantwortlichen der IT-Abteilung Ihrer Schule. Welche Art von Daten erhalten wir also? Oder mit anderen Worten, was sind Beschleunigungsmessungsdaten? Sie messen die Beschleunigung eines Körpers, das heißt die Daten, die entlang der drei Achsen x, y, z aufgenommen werden, um die Bewegung oder Vibration unseres Smartphones zu erkennen. Im nächsten Tutorial werden wir sehen, wie wir diese Daten mit den Synthesetechniken koppeln können, die wir gelernt haben. Mit der Dämmung Körpersseleunigungssdaten ist. Ich bin natürlich ein Beta-Diese. Daher haben wir jetzt die Dämmung Körpersseleunigungssdaten. Ich bin ja um den Dämmung Körpersseleunigungssdaten. Ich bin ja um den Dämmung.